Wenn Christus hernieder zur Erde käme, dann hätte er Tränen im Blick. Wegen all der Dinge, die er hier sehe und wollte gleich wieder zurück. Das wollte ich nicht, würde er sagen, dass ihr heut noch immer Kriege führt. Dass Menschen noch immer vor Schmerzen klagen, dass ihr nicht das Leid des anderen spürt. Dass ihr Menschen verachtet, die nicht so sind wie ihr und sie verhungern lasst vor eurer Tür. All das, würde er uns sagen, hätte er nur mehr Zeit. Und der Weg zu uns Menschen wäre nicht gar so weit. Wenn Christus hernieder zur Erde käme, wäre seine Verzweiflung wohl groß. Wegen all der Dinge, die er hier sehe, manches Bild ließ sie ihn nicht mehr los. Was ist nur passiert, würde er fragen, dass anstelle der Liebe der Hass regiert. Dass die Menschen lieber das Böse ertragen, als den Weg zu suchen, der sie ins Licht hineinführt. Dass die Freiheit ist heute ein seltenes Spiel und dass Menschlichkeit ein veraltetes Ziel. All das, würde er uns fragen, hätte er nur mehr Zeit. Und der Weg zu uns Menschen wäre nicht gar so weit. Doch Christus sitzt oben und gönnt sich ein Bier und denkt, uns allen geht's gut. Hätt er nur eine Ahnung, wie es wirklich ist hier, erfüllte ihn wohl tiefste Wut. Und er würde zu uns erniederschweben und fragen, was habt ihr gemacht? Und nun seh ich so manchen in Armut und Not und woanders vergammeln, Früchte und Brot. All das, würde er uns sagen, hätte er nur mehr Zeit. Und der Weg zu uns Menschen wäre nicht gar so weit. Doch eines Tages wird es geschehen und er schaltet das Fernsehen an. Und plötzlich wird er ganz genau sehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und er wird zu uns erniederschweben und er wird zu uns erniederschweben in irgendeiner heiligen Nacht. Und uns schenken ein neues, glückliches Leben und allem Bösen wird er gar ausgemacht. Doch keiner weiß, wann es passiert, dass Christus uns ins Licht hineinführt. Und bis Heiligabend ist es nicht mehr sehr weit. Und bis Heiligabend ist es nicht mehr sehr weit. Und bis Heiligabend ist es nicht mehr so weit.